Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zur Vorstellung der Franzosen in Age of Empires 4. Ich möchte euch zeigen, was sind die Spezialitäten dieses Volkes, was ist schon alles darüber bekannt, wie ist die geschichtliche Einordnung, das alles in diesem Video. Ich habe das ja auch schon zu anderen Völkern gemacht, wie der Abbasiden-Dynastie, da könnt ihr gerne mal reinschauen, oder auch ein Video zu den anderen Völkern, wie dem Delhi-Sultanat, den Chinesen, den Engländern oder den Mongolen, wo ihr genauere Infos bekommt, es werden auch noch Videos folgen zum Heiligen Römischen Reich und zu den Russen. Aber beginnen wir mit den Franzosen. Die sind natürlich für ihre Kavallerie mit gepanzerten Rittern bekannt, ganz klar. Die französische Zivilisation in Age of Empires 4 umfasst die Zeitspanne von 840 bis 1559. Also auch hier sehen wir wieder, es geht immer ein bisschen über das Mittelalter hinaus in Age of Empires 4 und man startet nicht ganz so früh im Frühmittelalter. Die Zivilisation basiert auf einem mittelalterlichen Frankreich, das sich von Widrigkeiten zu Wohlstand durchkämpfte. Frankreich überwand Invasionen, Seuchen und Revolten und entwickelt sich zu einer mächtigen und modernen Nation. Das Spielen der französischen Zivilisation führt uns durch das Zeitalter der Ritterlichkeit und des ehrenhaften Kampfes in die Zeit von Gendarc und Frankreichs dunkelster Stunde zur Bildung einer disziplinierten stehenden Armee, die die Nation mit dem Brüllen des Kanonenfeuers befreien kann. Wie aber lässt sich jetzt Frankreich oder die Franzosen in dem Fall spielen? Die Stärke der französischen Zivilisation liegt natürlich in der beeindruckenden Armee von Rittern. Auch in Schießpulverbelagerungseinheiten und sie haben ebenfalls Vorteile im Handel. Französische Händler haben die einzigartige Fähigkeit, alle benötigten Ressourcen zusätzlich zu bringen oder zurückzubringen. Eine sehr wertvolle Eigenschaft bei Ressourcenknappheit. Dann schauen wir uns mal die französischen Kavallerieangriffe an. Diese können nämlich feindliche Linien durchbrechen und zusätzlichen Schaden verursachen, was für Hit-and-Run-Taktiken nützlich ist. Ich muss sagen, mich erinnert das sehr an Total War, wo man mit der Kavallerie nicht unbedingt einmal stürmt und dann dort kämpft, sondern man stürmt rein und stürmt wieder raus und rein und wieder raus. Und dieser Effekt, dieser Moralboost oder andererseits das Angsteinjagen der Gegner, scheinbar ist das hier jetzt in Age of Empires 4 so ein bisschen mit übernommen worden, dass sich dann ein Rein- und Rausstürmen sehr lohnt. Französische Einheiten haben auch Zugang zu mehreren Upgrades, die von besonderen Gesundheitsboni bis hin zu Verteidigungsboni reichen, die nur für bestimmte französische Einheiten verfügbar sind. Die Franzosen haben ein einzigartiges Einflusssystem, bei dem Einheiten von Bogenschießständen und Stellen rund um die Festung weniger kosten. Ihr Stadtzentrum kann mit jedem Zeitalter schnelle Einheiten produzieren, ein entsprechender Vorteil bei der Beschleunigung der Wirtschaft natürlich. Hier sehen wir also, es lohnt sich bei den Franzosen vor allem sehr schnell und früh zu ageen, weil dadurch die Wirtschaft noch stärker angekurbelt wird, weil man bei jedem Age of eben schneller dann im Stadtzentrum Siedler produzieren kann. Kommen wir zu den einzelnen Einheiten, die ihr jetzt hier sehen könnt. Wir haben einmal natürlich den königlichen Ritter, the Royal Knight. Das ist natürlich der schwer gepanzerte Ritter der französischen Zivilisation mit der furchterregenden Angriffsfähigkeit, von dem wir jetzt hier schon gehört haben. Dann haben wir den Abarletrier, ein Armbrustschütze, ist eine mächtige Fernkampfeinheit der Franzosen, die eine spezielle Fähigkeit namens Pavier erhält, einen einsetzbaren Schild für die Fernverteidigung. Auch das haben wir schon in bisherigem Gameplay-Material gesehen und das fand ich ganz persönlich sehr spannend, muss ich sagen, dass jetzt sozusagen solche Abwehrmechanismen auch für Offensivkämpfe angebracht werden. Das heißt, wenn man jetzt eine Stadt belagert, kann man jetzt als Frankreich mit seinen Armbrustschützen diese Pavier oder wie auch immer man sie dann nennt, diese Schilde der Fernverteidigung aufbauen und wahrscheinlich durch so Schießlöcher den Feind trotzdem beschießen. Dann sehen wir natürlich noch hier die Kanone. Das ist eine mobile Belagerungswaffe mit Waffengewalt, die es nur bei den Franzosen gibt. Im Gegensatz zur Bombarde zum Beispiel, muss die Kanone nicht ein- und ausgepackt werden. Die bleibt die ganze Zeit sozusagen so, wie man sie jetzt hier auf diesem Bild sieht. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie ohne Menschen einfach so herumfährt. Das ist wie in Age of Empires 2. Ich finde, das könnte man durchaus, ja, hätte man durchaus realistischer gestalten können. Aber nun gut, jetzt haben wir also auch fest Kanonen in Age of Empires 4 verankert. Man sieht einfach auch, dass das ganze Spiel schon ein bisschen länger geht und am Ende des Hundertjährigen Krieges gab es ja die ersten Kanonen, wobei die natürlich noch nicht so gut waren und nicht so gut geschossen haben. Schauen wir uns nochmal kurz die Age-Ups von den Franzosen an. In Age of Empires 4 haben wir hier einmal Age-Up 1. In Age 1 ist es so, dass die Wirtschaftstechnologien günstiger und auch die Wirtschaftsgebäude wie Mühlen und Goldminen weniger kosten, sodass dann die Wirtschaft schon dort im Age 1 von den Franzosen schneller gestartet werden kann. In Age 2 schauen wir mal weiter. Da ist es so, dass die königlichen Ritter ab dem Zeitpunkt schon verfügbar werden. Wenn der Marktplatz allerdings dann noch in Age 1 schon gebaut wurde, werden die Handelskarren in Age 2 zusätzliche Ressourcen zurückbringen, was natürlich sehr sinnvoll ist. Deswegen würde es sich auf jeden Fall anbieten, immer den Marktplatz in Age 1 zu bauen bei den Franzosen. Machen wir weiter mit Age of Empires. Ach, mit Age of Empires sage ich schon. Mit Age 3, mit dem dritten Zeitalter. So, da haben wir das königliche Institut, dass ein Landmark ein Wunder ist. Um ins dritte Zeitalter zu kommen, muss man das bauen. Und dort kann man dann alle einzigartigen französischen Technologien billiger erforschen. Kommen wir zum vierten Zeitalter. Dort gibt es dann nochmal verschiedene Upgrade-Möglichkeiten für die französische Armee. Und dort baut man dann auch die Hochschule für Artillerie, die einen dann ins vierte Zeitalter bringt. Und dann natürlich damit auch die Schießpulvereinheiten entsperrt, die ohne Chemie zusätzlichen Schaden verursachen können. Da ist scheinbar wirklich auch nochmal bei den Franzosen ein Fokus drauf gelegt, dass sie da einfach technologisch mit den Kanonen stark dabei waren. Und ja, das dann mitliefern konnten. Gut, liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder mit der Vorstellung der Franzosen. Wie gesagt, ich mache euch auch noch Videos zu dem Heiligen Römischen Reich und den Russen. Und bis dahin könnt ihr euch ganz schon mal meine ganzen anderen Videos zu Age of Empires IV anschauen. Und natürlich auch gerne meine vielen hundert Videos zu Age of Empires III. Da gibt es viele spannende Multiplayer-Schlachten, Tutorials und Turniere. Eine Age of Empires III-Liga haben wir gegründet. Vieles, vieles mehr. Also schaut auch da gerne mal in die Videos rein. Auch zu Age of Empires II gibt es das ein oder andere Video. Deswegen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch zu Age IV, abonniert meinen YouTube-Kanal. Würde mich sehr freuen. Kommt auf meinen Discord, Link in der Videobeschreibung. Folgt mir auch gerne auf Twitch. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch zum Schluss noch einen Like da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen. Euer Gaius Julius Cäsar.